aber gut büse pc ja ist so und hallo dufte hallo hybrid ich würde gerne sagen drecksding aber das ding ist super das hat halt doch manchmal zu sein und seit paar minuten vielleicht wollte mir damit der pc auch was sagen dass ich nicht immer noch steine abbauen vielleicht würde mir das damit sagen ich weiß es nicht aber wenn wieder das läuft ist gut ich hoffe es bleibt jetzt so aber ich finde es witzig das ist immer nur dann wenn es plötzlich kälter wird ich habe das immer nur wird gesagt dann ins kalt wird im sommer habe ich das überhaupt nicht ich glaube es ist ein sommer pc er mag die kälte nicht er mag die kälte nicht das kälte empfindlich merkt er schon deswegen der pc und ich will so verdammt ähnlich wie aus dem gesicht geschnitten danke ich weiß dass ich live bin das muss das muss mir noch extra benachrichtigen so toll das sind jetzt aber nicht als neue tag oder wäre schön leider nicht nur kommt doch nur ein strobschalk weil ein so süß findet deswegen heißt es ja ja das wird sein das wird sein nehmen kann ich kann auch einfach die zeit vorstellen so wo ist warjana vielleicht ist es doch einfach warjana schuld der pc mag warjana nicht danke hybrid ich habe jetzt wieder in ihrem haus nachdem wir so komisch unterbrochen wurden lasst uns abhängen ich bin das ich bin das schön Schön. Also, Vajana ist auch gäbefreudiger als Wall-E. Also, mir geht es soweit ganz gut, Hyrule. Ja, ich weiß, das hat er eben nicht gespeichert. Danke. Das speichere ich jetzt aber absichtlich einmal kurz. Ich will nicht wissen, was er noch alles nicht gespeichert hat. Die Schildi hat sich aber gefüttert, oder? Ja, die Algen sind weg. Ich habe auch den einen Waschbären scheinbar gefüttert, weil ich nur noch zwei Dinge habe. Okay. Aber eigentlich gut, das hat es. Mein Steinvorkommen ist halt wieder resettet. Jetzt will ich nur renovieren, ja. Mit dem Raum ist er auch schon fast fertig. Das Frucht ist ganz fleißig. Ja. Ich freue mich, wenn ich an die es reichen kann. Das wird toll. Das ist so toll. Ein Fußwunder ist so direkt wie er weiß. Und die Tür. Vajana, hör auf! Nein! Aus! Weg! Mach das weg! Nein! Nein, 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 nein! Ich will meine Steinchen haben! Oh mein Gott! Nein, Vajana! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Oh mein Gott! Wie kann man... Wie kannst du nur... Alter! Weißt du, da liegen die ganzen großen, dicken Steinchen und die labert allen zu! Boah! Nee! Hätte ich hier ein Levelaufstieg nicht weiterentwickeln können! Jetzt zum Beispiel! Oh! Herzinfarkt! Ich sterbe irgendwann an einem Herzinfarkt! Weil mich Spiele aufregen! Den Waschbarn hatte ich noch nicht! Oder? Das ist der Graue, ne? War das der Graue? Oh mein Gott, das ist der Graue! Oh mein Gott, das ist der Graue! Oh mein Gott, das ist der Graue! schade ist leider auch noch nicht welchen hatte ich denn als erstes damals vor allem damals dann hatte ich den und den wahrscheinlich als erstes oder die muss man doch öfter füttern als zweimal welche meint das war jetzt das zweite mal gewesen beim grauen kann aber auch der blaue gewesen sein so jetzt haben wir auf jeden fall außer die krokodile alle meine ich habe den grauen den habe ich heute das erste mal geführt hat den habe ich auch einmal schon geführt hat das war meine ich gestern dann habe ich den wahrscheinlich das erste mal geführt hat nicht den da also den und den aber schon den und wurde das erste mal den mal gucken meinen krokodil muss ich auch noch gucken welches heute da ist sechs uhr nachmittags bis zwölf uhr morgens gar nicht so wie ich auch und wann soll das weiße eigentlich noch mal da waren von zwölf uhr morgens bis sechs uhr morgens das ist aber eine ganz schön dämliche zeit das witzige ist okay also das hier wäre dann von zwölf uhr mittags bis zwölf uhr nachts wer ist denn bitte okay ich gehe noch mal rein nachdem wir nachdem ich den stream beendet habe wie soll man den kriegen wenn man nicht gerade nacht aktiv ist ich brauche das wie ich mag die krokodil die krokodil ist cool ein habe ich ja dahinter mehr läuft der hier läuft wer die ganze zeit hinterher den gibt es mal ja nur dann meine vorbesteller bonus hat also logischerweise vorbesteller bonus hat der ist richtig süß hallo ursula in der tat ausgezeichnet ich kann endlich wieder verträge abschließen aus dir ist wirklich ein echter kleiner kleiner gehilfe geworden jetzt bin ich dran jetzt ein geschenk das sind seltene fünsche die ich gefunden habe während du auf deine kleinen füßen durch das land gestreift ist betrachtet dieses mein teil des vertrags kommt bald wieder ich kann sich wieder brauchen ohne ganäle ja das ist ich weiß das ist ein sahnehäubchen sahnehäubchen mit einer erdbeere rum drauf was mein krokodil damit sich um trägt ein stein kein stein okay dann kein stein den brust mir jetzt auch nicht hinterher werfen ich brauche noch ein steine bei euch bei muss ich nicht gucken nein 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 gold klumpen er hat schon nein nein fischsalat mal sehen wie wir den hinkriegen wir gleich mal gucken wir haben die feuerstelle bemerkt dass ich deine farm liebe vielleicht werde ich dann munter habe ich für die ich habe leider kein das war doch immer was ich brauchte oder brauchte kann ich glaube ich brauchte hummer ich meine es war hummer was ich brauchte ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben ich meine es war hummer 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 ja ich brauchte hummer was gibt es denn zu essen oder beziehungsweise was wärmst du dir denn auf ich muss gleich mal gucken dass ich hummer fange jetzt kommt ruhig ärzt gut Ich sehe aber auch gerade immer noch keine Krokodile hier. Ich renne da gut, das ist irgendwie so ein bisschen Knödel. Okay, die Knödel kannst du behalten, der Rest ist lecker. Bin ich so der Knödel-Esser. Wo ist da ein Krokodil? Oh mein Gott, da ist ein Krokodil, aber ich habe gerade keinen Hummer. Ich brauche Hummer. Oder einer Hummer? Es wäre halt cool, wenn man es zusammen, wenn man es tauschen könnte. Das war jetzt alles über mein Essen. Alter, du teilst doch nicht mal, ne? Brech es, Wölfchen. Ich will nur nicht mal teilen. Da, ich meine Essen auch nicht. Bei mir ist es gedanklich. Bei mir ist es nicht. Das ist auch kein Hummer. Brauch Hummer. Ach, komm schon. Ich habe ihn doch gar nicht umgezogen, ne? Das ist immer doch kein Hummer. Was ist denn da im Rennen? Lecker Rennen. Aber kein Krokodil. Ich brauche einen Hummer. Hummer, 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 Hummer. Hummer. Auch kein Hummer. Ich meine, einer würde halt erstmal reichen, ne? Ich würde nur das Krokodil füttern. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Hummer. 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 So, wo ist es hin? Da. Ich meine, bei ihm hier geht das genauso wie bei einem Waschbären. Ja. Nur ein bisschen schwerer zu erkennen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ist das süß. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Das süßeste Krokodil meines Lebens. Das ist ja auch wieder was vom König der Lüsten. Gänzt in der Zitrin. Glaub ich hier noch jetzt? Ach so, das. Das hier. Also, hier ist ja direkt ein Shop. Schön, dich zu sehen. Jupp. Mal ein bisschen Fisch verkaufen. Stein kann ich auch verkaufen. Habe ich so viel von? 9000! 12.000! Okay, wir haben 12.000. So, wie viel habe ich bei ihr jetzt? Level 5. Bromelia. Rosa Bromelia. Wo gibt es die denn? Schiller in der Strand. Ah, das ist klar. Kriegen wir hin. Sieht das? Nee. Das ist eine weiß-rote Potenzial. Aber die sieht doch genauso aus. Weiß-rosa. Okay. Sie muss ganz rosa sein. Okay. Das ist die rosa Potenzial. Hallo! Hi. Das ist jetzt aber nicht großartig gestiegen. Brauchst du noch? Bunt Barsch. Bunt Barsch und Obstsalat. Ich bin definitiv hier. Mhm. So, dann gehe ich auf jeden Fall gleich ins Schloss und werde das eine neue Ding da freischalten. Nee, das ist ein Hering. Gabe ich auch. Welsring, Bunkforelle. Nee, aber einen Obstsalat kann ich zubereiten. Wenn ich ihn nicht finde. Obstsalat. Und jetzt? Ich mache mal den Wels. Tomate. Salat. Mais. Korte. Nee. Gering. Nee, ich krieg immer noch den Füsch als Hauptspeise. Das muss irgendwas anderes sein. Das hat sie nicht als Geschenk genommen? Ich mache einmal eine ganz kurze Pause, bis wir was angucken. Bis gleich. 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 Bis zum nächsten Mal.